Und dann kam hier die Frage des Apothekers, also was ist das für ein Respekt und so weiter. Ich möchte mich erst mal bedanken. Ich muss offen sagen, wenn ich dieser Tage mit Apothekern im Gespräch bin, ist das nicht immer so respektvoll und sachlich vorgetragen. Das möchte ich ausdrücklich würdigen, weil ich bin für eine offene Aussprache, aber es muss immer quasi auch inhaltlich und respektvoll vorgetragen sein. Und das ist hier klar der Fall. Das möchte ich jetzt mal in den Vordergrund stellen. Und wir müssen jetzt erst mal überlegen, was wollen wir erreichen? Zunächst einmal, wo wir eine Gemeinsamkeit haben, ist das jetzige System der Honorierung der Apotheken. Ist nicht richtig und das ist einer der letzten Bereiche, der hart budgetiert ist. Wir haben hier ein Fixum, einen prozentualen Zuschlag und es ist seit vielen Jahren nicht angepasst worden. Daher hat sich die wirtschaftliche Lage der Apotheken verschlechtert. Aber das ist das Problem, was ich lösen möchte und nicht das Problem, was ich schaffen will. Und wenn ab 1927 dann die Honorare der Apotheker durch den Verband direkt verhandelt würde, dann würde genau das passieren, was wir bei den Heilmittelerbringern auch schon gemacht haben. Da haben wir diese Regelung auch eingeführt und danach sind die Einkünfte der Heilmittelerbringer in den Jahren danach sehr deutlich gestiegen. Das ist auch richtig gewesen. Sie können dann auf der Grundlage ihrer Kostenstruktur, können sie verhandeln und dabei wird die Veränderungsrate der Einkünfte der Kassen berücksichtigt, aber auch ihre Kosten werden berücksichtigt, die Investitionen, Inflationen werden berücksichtigt. Sie sind dann aus der harten Budgetierung heraus. Daher habe ich mich immer gewundert, dass die Apothekenverbände sich so hart gegen die Reform stellen. Denn diese Möglichkeit, als einer der letzten Bereiche aus der harten Budgetierung herauszukommen, was wir ja jetzt auch bei den Hausärzten machen, das ist ja eine einmalige Gelegenheit. Das haben ja die Minister vor mir, die ich nicht kritisiere, alle nicht gemacht. Ich will es nur einmal klarstellen. Alle meine Vorgänger in den letzten, also ich sage mal 15 Jahren, haben die Entbudgetierung der Apotheken nicht einmal erwogen. Jetzt kommt unser Vorschlag, dass das ab 2027 käme und es gibt nur Kritik. Wenn die Reform nicht kommt, erinnern Sie sich an meine Worte, werden Sie möglicherweise über eine verpasste Gelegenheit diskutieren müssen. Das muss man auch mal so sagen. Weil ich habe das durchgesetzt, das ist keine Kleinigkeit in internen Runden. Jetzt ist das Gesetz noch mal geöffnet, ob es überhaupt mit der FDP in der Form, wie wir es jetzt haben wollen, durchzusetzen ist. Das ist eine offene Frage. Wenn das Gesetz nicht kommt und die Entbudgetierung kommt nicht, dann werden Sie sich noch an diese Worte, die ich hier gerade spreche, erinnern können. Weil dann haben Sie keine Perspektive. Kann man sagen, 2027 ist zu spät. Naja, aber die Apotheken, die jetzt noch ein oder zwei Jahre durchhalten, die haben danach aber diese Perspektive. Das ist keine Kleinigkeit. Ja, also die Dynamisierung, Sie haben es ja selbst gesagt, ich war damals bei dieser Reform mit maßgeblich, also die jetzt noch gilt. Und damals habe ich auch gedacht, also die Dynamisierung stand ja damals im Gesetz. Die habe ich damals selbst mit Ulla Schmidt, wenn man so will, ins Gesetz geschrieben. Hallo, aber es ist so, seitdem sind viele Gesundheitsminister gekommen, die haben es einfach nicht umgesetzt. Dafür kann ich mir jetzt nichts kaufen. Aber schauen Sie doch, schauen Sie doch positiv. Jetzt, also nachdem das Gesetz jetzt 21 Jahre alt ist, bin ich mit dem Minister und setze die Dynamisierung um. Das war 2003 nicht vorgesehen, dass es nicht angepasst wird. Wir machen es jetzt. Und daher nochmal, also meine, also sagen wir mal wohl gemeinten Worte. Es ist eine Gelegenheit, die wird, also das ist eine Gelegenheit, die ich mitnehmen würde. Um es mal so sehr einfach auszudrücken, wie es geht. Ich hätte damals nicht gedacht, dass die Dynamisierung im Gesetz steht, wird aber nie umgesetzt. So ist es gekommen. Aber der Vorwurf an mich wäre dann also höchstens der, dass ich nicht früher Minister geworden bin. Und jetzt hier mit der, also wo wir halt einfach, also eine andere, ach so, wenn wir das machen, wird das rechtssicher sein. Wir haben das bei den Heilmittelerbringern gemacht, das ist rechtssicher gewesen. Ich habe es damals gemacht, 2017 bei den Pflegebudgets, die sind ja aus den Fahrtbauschalen rausgekommen. Das ist auch rechtssicher und so. Das heißt, ich nehme schon ein bisschen in Anspruch, dass wir handwerklich keine Amateure sind. Es wäre auch ein Trauerspiel nach all diesen Jahren Erfahrung, wenn schwere handwerkliche Fehler noch passieren würden. Das glaube ich, also dafür wäre ja auch nicht bekannt in dem Sinne. Aber das muss natürlich so geschrieben sein, dass sie dann auch die Dynamisierung bekommen. Aber es ist ehrlich gesagt, dort, wo wir es gemacht haben, ist uns das noch nie aus der Hand geglitten. Da brauchen wir ein gewisses Vertrauen. Das ist das, was wir haben.